Geh deinen Weg, sag mir, wo ist dein Weg? Yara. Wer ist Yara? Ähm, meine... Aunt? Deine Tante? Nicht schlecht. Du wirst zu deiner Tante, zu Yara. Hast du die Adresse? Adresse, Straße, Hausnummer? Andel... Adelschiffstraße? Die kenn ich nicht. Komm, wir helfen dir. Yippie! Emma. Mein Name ist Emma. Und das ist meine Tante. Deine Mama. Nein, Lisa ist auch nicht meine Mama. Sie ist meine Tante. Meine Mama... ...fliegt nach Amerika. Sie arbeitet da. Bitte. Danke. Nico. Mein Name ist Nico. Hallo, Nico. Hallo, Emma. Bis zum nächsten Mal.